Moment! Hä? Hallo? Hey, bist du der Homsmann? Ey, du Perno, du hörst grad eben meinen Kollegen nennen. Wer heißt der? Der Freezer, Mann! Ja? So Wichser! Was machst du mit meinem Kollegen, du Assi? Wieso? Warum? Wie, wieso? Ja, wie? Warum verarschst du den mal? Soll ich den mal in die Frense hauen? Aber ich verarsch den doch nicht! Hä? Ich verarsch den doch nicht! Verarsch den nicht, Mann! Nein, wir sind Freunde! Hä? Das ist nur Spaß, wir sind Freunde, Digga, frag ihn doch! Mach keinen Maul, Mann! Mach keinen Spaß! Aber wir sind doch Freunde! Ist ja klar! Ja, siehst du! Hä? Du wüsstest, wir sind doch auch Freunde, oder nicht? Wir sind keine Freunde, Mann! Du hast meinen Kollegen doof angemacht! Oha! Und dafür haue ich dich, Mann! Nein! Wie nein? Hör auf! Halt deine Fresse, du Penner! Du hast den angemacht, Mann! Hör auf! Was läuft da im Hintergrund für ne Musik? Was? Was läuft da im Hintergrund für ne Musik? Halt deine Fresse, Mann! Hä? Ich bin hier im türkischen Kaffee, Mann! Der hat mich gerade angemacht! Im Molukken-Kaffee? Witter, Mann! Echt? Ich war letztens auch im türkischen Kaffee, ne? Wie? Weißt du mit was? Halt deine Fresse! Mit ner PKK-Flagge! Blöd angemacht, Mann! Blöd? Oder blöd? Dafür küsst du Pflege! Was machst du denn so, du Penner? Ich weiß nicht, ich habe gerade was Lustiges gesehen da draußen. Hier draußen laufen immer so lustige Leute, weißt du? Was? Hier draußen laufen immer so lustige Leute! Ja, wo wohnst du denn? Ich? Ja, ich wohne im tiefsten Dorf! Hä? Ich wohne im Elbenthal! Wie im Elbenthal? Ja, in Elbenthal! Alter, willst du mich verarschen, Mann! Nein! Kennst du nicht? Elbenthal? Kreis, äh, Kreis, ähm... Kreis, ähm... Ja, wie heißt der Kreis denn hier? Hast du den angemacht, oder nicht? Nein, hab ich nicht! Dafür wirst du sterben, Mann! Hab ich nicht, du hast mich doch gefragt! Ich hab gesagt, nein, hab ich nicht! Der hat mich angerufen, der Junge wird mich nicht anlügen, Mann! Ach, komm! Der Junge ist ein guter Junge! Ich mag den gerne, ohne Scheiß! Ich hatte mal was mit seiner Mutter und dann hat sie mir den vorgestellt! Mann! Halt's Maul! Okay! Der Junge lügt mich nicht an, Mann! Okay! Ich will hier die Wahrheit! Entweder lüge ich du oder er lügt! Und dafür kriegst du einen auf die Fresse! Und wenn er lügt? Ja, er kann nichts machen, Mann! Ja, und wenn er lügt? Er ist ein kleiner Junge, Mann! Was soll er machen? Und wenn er lügt? Hä? Wenn er lügt? Er lügt, dann kriegt er sie von mir! Und wo willst du... Aber du denkst ja, du glaubst ihn ja mehr als mir! Was? Du glaubst ihn noch mehr als mir! Als dir, Mann! Wie? Alter! Ja! Ich hau dir einen aufs Maul! Okay! Ist das klar? Okay! Du lügst oder er lügt? Okay! Ich glaub eher, dass du lügst! Weil es ist ein kleiner Junge, der kann nichts machen! Ja! Und du, du bist wahrscheinlich ein 50-jähriger Mann! Ja! Oder was weiß ich, was du für einer bist! Danke! Ja, Zeko! Das ist live! Hä? Nee, ich hab nicht mit dir gesprochen! Wie, Mann! Hä? Wie, halt deine Fresse, Mann! Ja, okay! Ja, ich bin ruhig! Du bist wahrscheinlich so einer, so... Ja, ich bin der geilste Mann! Ich bin hier... Digga, du bist ja Menschenkenner! Was? Du bist ein Menschenkenner! Wie? Ich bin ein Menschenkenner, Mann! Du kennst dich gut! Halt deine Fresse! Das ist ein kleines Kind, Mann! Ja, ist doch gut! Okay! Soll ich jetzt Entschuldigung sagen? Was soll er machen? Soll ich Entschuldigung sagen? Was? Boah, mach mal bitte die andere Kulturmusik aus, ja? Halt's Maun, Mann! Bitte! Das ist ein bisschen laut! Ey! Der Fresse, das ist ein kleines Kind, Mann! Ja! Der ist 15 Jahre! Ja! Der hat mich angerufen. Mhm! Der hat gemeint, so und so, der hat mich doof angemach! Ja! Der hat Eliza problèmes und so! Ja! Wie, ja? 하� ich nicht gesagt! Das bist du wohlgesagt! Das habe ich nichts gesagt! Woh... Das ist das hier! Alter, lungsch's nicht an! Ich hab das nicht gesagt! Das hast du gesagt, Mann! Hä? Das hast du gesagt! Das habe ich nicht gesagt. Das bist du wohlgesagt. Das habe ich nicht gesagt. Wohlgesagt, du kennst. Ich habe das nicht gesagt. Alter, lügt mich nicht an, Mann. Ich habe das nicht gesagt. Das hast du gesagt, Mann. Hä? Das hast du gesagt. Digger, ich habe da nichts gesagt, Mensch. Ich bin ein kleines Kind, Mann. Aber ich habe da nichts gesagt. Hör mir zu, Es. Ich habe da nichts gesagt. Halt die Fresse, Es. Ne, warte mal. Ey, du. Zehn Jahre. Ich komme aus Indien, verstehst du? Und bei uns ist das nicht so. Hör mir, Mann. Er kann nichts machen. Na, ja, okay. Aber er hat doch bitte... Alter, halt die Fresse, Mann. Er ist 15 Jahre. Was soll er machen? Er hat doch gesagt, er ist 19. Was soll er machen, Mann? Aber er hat gesagt, er ist 19. Hör mir, halt deine Fresse, Mann. Was soll er machen? Ja, ich weiß das nicht. Ey, warte mal. Hör auf, ich bin zu verarschen, Mann. Wo wohnst du? Wo wohnst du, Kenner? Ich wohne in Kalkutta. Wo wohnst du, Kenner? In Kalkutta. Alter, hör auf mich. Hallo. Wo wohnst du? In Kalkutta. Wo wohnst du? Äh, ich wohne in Indien. In Wien, Indien, Mann. Wo wohnst du? Ja, Indien. Ich komm dahin, ich haut dir aufs Maul. In Alamachalistraße. Ein 15-jähriges Kind, Mann. Der kann nichts machen. Aber der hat doch gesagt, er ist 19. Er ist 19, Mann. Er lügt, Mann. Er ist 15 Jahre. Das ist ein kleines Kind. Er geht noch zur Hauptschule. Ach so, aber deine Mutter ja nicht lügen, ne? Hauptschule, es ist ein kleines Kind. Ja, deine Mutter nicht lügen. Ist der Deutscher? Alter, es ist ein Iraner. Iraner? 15 Jahre. Und du bist ein Türke, ne? Du gehst dich das was an, du Penner. Oh, das war doch nur eine normale Frage. So, hier sitzen 50 Türken, Mann. 50 Türken? Hier sitzen 50 Türken. Oh, das ist cool. Dann ist ja viel los da, ne? Offen mit wem du dich anlegst. Okay. Sagst du im Guten. Pass auf, ich bin 22 Jahre alt. Okay. Ich ruf mich hier aus Scheiß an. Mhm. Wie, ja. Ja, ist gut. Ja, ich hör dich zu. Ich ruf mich hier aus Scheiß an, Mann. Mhm. Und wenn du ihn nochmal anpackst oder zu ihm sagst, seine Mutter wäre eine Schlampe oder so. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab da ein paar Zeugen. Ja, ganz einfach. Aber ich hab da noch eine, äh, eine, äh, ich hab da ein bisschen ein paar Zeugen. Du kommst mit 50 Türken dahin, Mann. Ja, du kannst ja mit 50 kommen, du kannst ja auch mit 200 kommen, das ist mir egal. Ich geh sowieso. Ja, hör mir zu. Übermorgen, ich bin sowieso abgeschoben. Ich bin übermorgen sowieso abgeschoben. 50 Jahre alt, Mann. Wie alt bist du? Ich komm mit 50 Türken dahin. Und du kannst ja mit 200 kommen, ich bin morgen eh abgeschoben. Ich kann doch meine letzte Zeit. Ja, kannst du. Dann gehör sowieso nichts mehr in mir. Das ist dein Ende, Mann. Also, pass auf, was du zu ihm sagst. Ja. Ja, wie, ja. Ja, okay. Ist das klar? Ja. Klar? Okay. Gut, haben wir uns verstanden? Haben wir. Ich sag dir, es ist ein kleines Kind. Ja, ist doch gut. Er ist in der Hauptschule. Ist doch gut, Mensch. Ich, meine Herz geht kaputt, wenn du mit dem Doktor redest. Mann, halt bloß dein blödes Neues. Und bitte hör doch mal auf jetzt, okay? Ich muss da jetzt auflegen, weil ich hab ja nur noch, äh, vier... Aber wo wohnst du? Ich wohne in Itzehoe. Wo? Itzehoe. Wo ist das? Hamburg. Hamburg, gut. Ja, und du? Gut, gut. Und du? Ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Und W oder M? Duisburg, Duisburg, Mann. Rheinhausen. W oder M? Rheinhausen, Mann. Ja, W oder M? Was, W oder M? Ja, bist du W oder M? Wie, W oder M? Ja, bist du W oder M? ASL, Digga. Hä? Bist du weiblich oder männlich? Alter, willst du mich verarschen? Grech, ja, basta, pass auf den Weg, nicht alles, Mann. Ich komm da mit 5 Stunden, Alter. Ich bin 22 Jahre alt, ich ruf dir nicht umsonst. Okay, mach doch. Ich ruf bei dir nicht umsonst an, Mann. Beschreib dich mal, beschreib dich mal. Ich komm da hin, ich zerbombe deine Bude. B, 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 äh, beschreib dich mal. Alter, wie, ich bereich deine Fresse, keine Ahnung. Wir werden uns sehen. Okay. Ich hab deine Nummer gescannt. Okay. Ich weiß, wo du wohnst. Okay. Ich kann dir, ich hab deine Nummer gescannt. Ja. Ich bin ein Scanner am Laufen. Mhm. Ich bin 22 Jahre alt, ich verarsch dich nicht. Ja. Und dafür kriegst du eine so derf auf den Maul, Mann. Mhm. So, und ich sag's dir nochmal, der Freezer, der ist... Und, und, und was ist, wenn ich mich entschuldige? Hm? Was ist, wenn ich mich entschuldige? Entschuldige mir, du kannst mich nicht mehr entschuldigen, Mann. Warum denn nicht? Du hast eben gesagt, schick deine Mutter. Ah, hab ich nicht gesagt. So, so, und sag das hier nicht. Mann, lügt mich nicht an, Mann. Oh, ich schwör, sowas sagt man nicht. Dann, der Junge wird mich nicht anlügen, Mann. Digga. Er ist 15 Jahre, er geht zur Hauptschule. Bitte. Ja. Ja, ist doch gut. Ich entschuldige mich dann bei ihm, okay? Okay? Ja. Haben wir es jetzt geregelt, oder soll ich... Nee, wir haben es geregelt. Musst mir nicht in die Schnauze an, okay? Gut. Alles klar. Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Was? Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Wie einen schönen Tag, Mann? Ja, okay, tschüss einfach, okay? Ey, wie heißt du, Mann? Ich? Ja. Ich heiße Ranjit. Wie? Ich heiße Mr. Singh. Was? Ich heiß Peter. Wie, Peter, Mann? Ja, Peter. Du bist doch ein trägender Ausländer, du Bastard. Nee, ich bin Peter, der Meter. Ja, Peter. Petter. Also, bei uns, sag mal, in Indien, sag mal Petter. Petter? Ja, Petter. Mach ich mich nicht manchmal. Nein, in Deutschland sagen sie Peter. Ist so, hä? Ich bin 22 Jahre. Okay. Ist gut? Ja, gut, alles klar. Ich lege jetzt echt auf, okay? Hä? Ich muss jetzt echt auflegen. Was musst du denn machen, Mann? Ja, ich muss noch hier weitermachen, ne? Was denn? Ey, ich bin hier gerade mit drei Frauen am Start, weißt du, und da ist nicht so viel Zeit zu telefonieren, okay? Aber du kannst ja nachher vorbeikommen, Digga, dann nehme ich dich auch nochmal dran. Tschüss! Du Bastard, das ist hängig. Komm doch, komm doch. Etchi, betchi, betchi. Aufgelegt. Okay, alles klar, Leute. Wer ist noch am Start hier? Ja, yeah. Wo sind denn die gnadenlosen Ruder? Ich connecte auf neues Game. Ich bin Wacken, Baby. So richtig insane. Ich verteile Handshots am Lauf. Bin in Band. Leute, geht es auf.